Wir können ewig weitermachen. Wir haben jede Menge Zeit. Oder Sie geben uns, was wir wollen, und wir garantieren für Ihre Sicherheit. Ich bin doch schon ein toter Mann. Ich wurde über die ganze Welt gescheucht. Wenn Sie nicht finden konnten, können Sie es auch. Die wissen alles, was Sie wissen. Und gleich sind Sie hier. Wieso? Dragovic mag keine Risiken. Ich habe nie mit ihm direkt verhandelt. Nur mit Steiner, dem Deutschen. Worum ging es bei Ihren Verhandlungen? Ich sollte helfen, flüchtige Verbindungen zu stabilisieren. Was für Verbindungen? Nova 6. Eine biochemische Waffe. Ja Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Call of Duty Black Ops. Wir sind wieder am Start. Alles klar. Wir bleiben bei der Akimbo-Version. Spaß. Her damit. No! Scheiße, man. Direkt gestorben. Oh mein Gott, das war schon wieder sehr, sehr knapp. Alles klar, wir springen. Wow. Wow. Lade nach! Brauche Deckung! Yeah! Hilfen Sie mir! Nehmen Sie, was Sie brauchen! Sie sind in Nullkommanichts hier! Für einen Toten sind Sie aber gut vorbereitet. Ich weiß zwar, dass mein Schicksal besegelt ist, aber ich habe es nicht eilig, mich Ihnen zu ergeben. Na, wenn Sie meinen! Gut, mach auf die Scheiße hier! Oh, wow, wow, wow! Hier ist niemand, hier ist niemand, da ist auch niemand. Ich habe nochmal Glück gehabt, dass ich Sie nicht umgebracht habe. Boah! Was zum Teufel! Was ist los heute? Nein, 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 nein! Das ist schon irgendwie ein gewaltiger Unterschied zwischen der normalen Munition. Der normalen Munition und der Drain-Rez oder wie die heiß Ist man niemand hier? Okay Sie schlagen die Fenster ein Diese Hongkong-Rollen, was soll das, Alter? Ihr seid nicht krass, wir sind nicht bei James Bond, immer noch nicht Das hat sich nicht geändert seit dem letzten Mal Ja Sie wissen nicht, wo es hier lang geht? Hat mich darauf vorbereitet Yeah Ziel ausgeschossen Von wo? Du kippst wie so ein scheiß Sand, sag ich einfach Einfach, du kippst einfach nur um Nein Ach, fickt euch doch, ey, Drecksstelle Fuck man, fuck man, fuck man Was ist denn heute los, mein Gott? Letztes Mal habe ich nicht so schlecht gezockt Hallo? Ja Und rein jetzt Schein erledigt Ich sehe sie, zweiter Stopp Bestätig der Treffer Dünn Okay, nehmen wir die mal doppel Ich gehe mal aus dem Weg jetzt hier Ohne Scheiß Im Teil kriege ich gar nicht mit, von wo ich abgeschossen werde Nein Bestätig der Treffer Bestätig der Abschuss Bestätig der Irgendwas bestätigen Kannst du mal aufhören, wild durch die Gegend zu rennen und machst mich nervös Okay, die Fazit um Gott ist, wenn da oben ist ja einer drin Ziel ausgeschaltet Kann man doch die, die doppelten, die Boah, weg, einfach weg, einfach weg Kontakt erledigt Tragowitsch macht sich viel Mühe, um sie zum Schweigen zu bringen Was haben sie uns verheimlicht? Ich habe ihn doch von Nova 6 erzählt Wollt ihr eine Basis? Wir nahmen raus, kaputt schlafen Seine Heimat, die Moral Ja, Mann, schau Da finden sie Steiner Hä? Ich konnte nicht weiterlaufen Ich wurde zu, ich wurde zuseitig Was war das denn jetzt? Ich habe da wohl, ich habe da ganz klar gesehen, dass da der Abgrund ist Ich werde wohl nicht reingelaufen So dumm bin ich jetzt auch nicht Tragowitsch macht sich viel Mühe, um sie zum Schweigen zu bringen Was haben sie uns verheimlicht? Haben sie noch von Nova 6 erzählt? Wo ist denn eine Basis? Für ihr Namen? Lauf! Kaputt kam! In seiner Heimat, die Moral Ja, Mann, schau Da finden sie Steiner Er trifft aus Vorbereitungen für Projekt Nova Und? Gemunke, Gerüchte, irgendetwas? Steiner und Tragowitsch Nein! Nein! Nein, nur um tief Boah, ist die Waffe Wow Die Waffe ist scheiße, irgendwie Im Multiplayer ist sie ganz gut, aber hier ist sie irgendwie Boah Nicht so durchschlagskräftig Danke, Dragovitsch Aufräumen kann ich selber Snipen Ich hab dich erwischt, ja Wait, 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 warte, warte, warte Oh, so Kontakt erledigt Mein Gott, dieser scheiß Hustenreiz Das ist die größte Blödsinn Aber egal So Er ist sehr gut da unten Ruhig, 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 ruhig Ja, ja, ich bin drin Ich bin drin Von wo denn? Okay Kommt rein Lasst sie einfach da Wo sie sind Ich bin drin Hallo! die fische 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 tote fische leben die leben noch war das so bis ich jetzt hier wieder alles kläre boah was was zum teufel war das jetzt wieder hier ist der widmacher genau sag ich doch genau genau ich muss diese tür ich brauche deckung während ich die die okay moment nein nein mann alter klappte erst das scheiß teil dazu zusammen bevor die wache wechseln legt mich doch alter so kann losgehen spitznetz komm in brauche deckung ich muss diese tür ich brauche deckung während ich die tür öffne okay moment es ist ein weiter her freund erledigt sie haben ihre kombination vergessen ja dann renn renn kleiner opa du wo ich habe sie ich habe sie das ist mit den zahlen klar ja die zahlen sie sind der schlüssel ab dur da ihr du 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 Vielen Dank.